Hallo meine Freunde, ich bin heute mal mit Docs Island wieder und ich habe auch mal einen schönen Quick-Tipp für euch. Welche Rose, das ist auch für dich interessant Doc, welche Rose ist tödlich, wenn man fünf Minuten drunter steht? Weiß ich nicht. Die Seerose. Ich habe gedacht die Gürtelrose. Man muss dann diesen Lützbauer abonnieren.